Hallo zusammen, mich ist wieder heute da und schon bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und so würde ich euch heute wieder so einen kleinen Chief Vanguard präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, Animateur und für diesen müssen wir einmal reingucken unter Erkunden und dann Shadowlands und hierfür müssen wir nach Revendrest. Das allererste was wir brauchen ist eine Währung und diese Währung schimpft sich durch flutete Rubine. Diese Währung können wir hier in ganz Revendrest durch verschiedene Aktivitäten erspielen. Es ist ein Cap von 100 angesetzt und wir brauchen pro Fledermaus, die wir jetzt hier gleich reaktivieren müssen. 5 Rubine heißt insgesamt 25. Diese Rubine können wir erst erspielen, wenn wir eine Quest gemacht haben und zwar heißt sie der Endmorast, die startet hier unten. Ist eigentlich so eine der ersten Quests, die man mitnehmen kann und die allermeisten dürften die mitgenommen haben. Die Rubine bekommt ihr dann von allen möglichen Mobs hier aus der Zone. Ihr bekommt es ja auch aus den neuen Emissary Kisten, ich weiß gar nicht wie die jetzt genau heißen, aber aus den Kisten, die ihr täglich absolvieren könnt in einer Zone. Wenn das hier in Revendrest ist, bekommt ihr die da auch. Also die kriegt ihr eigentlich nachgeschmissen. So, wir sind jetzt an der ersten Stelle für eine Fledermaus und zwar haben wir hier Fledermausstatue. Ich bin hier in Revendrest hier unten bei den Koordinaten 5761, heißt nicht oben auf der Mauer, sondern ganz unten quasi im Endmorast befinden wir uns hier, wie ihr seht. Wir klicken jetzt hier einmal drauf. Er fragt mich, ob ich ein paar Rubine quasi ausgeben möchte. Ich sage ja, fünf Rubine geben wir aus und dann nimmt mich die Fledermaus hier einmal mit und fliegt mich halt nach oben. Und da gibt es jetzt insgesamt fünf Spots. Wenn ihr dann abgeliefert worden seid, dann gibt es im Endeffekt hier schon den ersten Credit. So, hier haben wir gleich die nächste Fledermaus. Die können wir anklicken, verwenden hier wieder die fünf Rubine. Eine hatte ich tatsächlich schon aktiviert, deswegen kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das nicht eventuell die war. Okay, anscheinend war die das. Jetzt sind wir immer noch bei zwei von fünf. Also zwei Stück habt ihr schon gesehen. Einmal von hier oben nach hier und dann von hier hier rüber. Dann sind wir jetzt am dritten Spot. Ich zeige euch erstmal noch die Koordinaten von der zweiten. Die ist hier direkt beim Flugpunkt. 60, 60 war das. Da sind wir ja von der ersten hier hoch geflogen. Und die zweite hat uns hier rüber gebracht. Jetzt habe ich einen Goblin-Gleiter genommen, bin wieder zurück geflogen. Und bei der dritten sind wir jetzt bei den Koordinaten 64, 62. Die ist jetzt hier an der Vordertür quasi vom Lager. Und hier ist dann dementsprechend die nächste. Wir klicken drauf, aktivieren sie wieder und schauen uns, wo die uns jetzt hinbringt. Oh, das scheint ein bisschen weiterer Flug zu sein. Und die hat jetzt auch schon gezählt. Ihr seht, drei von fünf. Diese Flug-Fledermäuse sind tatsächlich recht praktisch. Die habe ich bis jetzt noch kaum genutzt, aber kann man theoretisch mal öfter mitnehmen. Dann sind wir jetzt am vierten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 31, 59. Dort ist dann die nächste Fledermaus. Und die klicken wir an, zahlen wieder fünf Marken. Ich zeige nochmal die Map hier unten. Oh, das war falsch. 31, 59, so rum. Da haben wir es. Und die fliegt uns jetzt auch wieder relativ weit nach oben. Ah, hier direkt zum nächsten Flugpunkt. Wunderbar. Dann kommen wir zur fünften und letzten Fledermaus. Und zwar befinden wir uns jetzt einmal hier oben auf den Koordinaten 25, 37. Dort ist dann die letzte. Und ich bin eben schon geflogen. Da hat das irgendwie nicht gezählt. Die baggen teilweise auch. Einfach nochmal ran. Fünf Markenzahlen. Und dann tun wir uns in die Lüfte schwingen. Und ich hoffe, dass es diesmal zählt. Die bringt uns nämlich einmal hier hoch zu der Festung. Auch in der Nähe wieder von dem Flugpunkt. Und tadaa, diesmal hat es gezählt. Ich musste jetzt hier zweimal fliegen. Es kann sein, dass vielleicht bei euch auch andere Fledermäuse backen. Einfach nochmal ein zweites Mal hin. Nochmal probieren. Dann sollte es im Regelfall funktionieren. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.